Herzlich Willkommen hier beim We Love MMA Podcast. Wir haben wieder eine UFC Fight Night vor der Tür. The Korean Zombie vs. Dan 50k Eagle. Viel Spaß bei dieser Preview. Lasst vorab aber gerne einen Daumen nach oben da oder ein Follow bei Spotify oder natürlich auch eine Bewertung bei iTunes. Korean Zombie vs. Dan Eagle ist das Main Event der kommenden Fight Night und auch mitunter der mit Abstand spannendste Kampf in meinen Augen. Aber kommen wir direkt einfach zum Main Event Korean Zombie vs. Dan Eagle. Korean Zombie ist schon so lange dabei und schaut euch mal an, was er alles gewonnen hat. Zweimal Submission of the Night, einmal Knockout of the Night, zweimal Fight of the Night, dreimal Performance of the Night. Also Korean Zombie hat schon einige Male die 50.000 mit eingesackt, hat schon gegen jeden gekämpft. Gegen Dustin Pauli hat er gewonnen, gegen Josie Aldo hat er gekämpft, gegen Brian Otega hat er gekämpft. Schon so lange in der UFC dabei. Sein Debüt hat er vor 10 Jahren gegeben. Ja, Korean Zombie hat vor 10 Jahren sein UFC Debüt gegeben und hat auch eine richtige Achterbankkarriere hinter sich. Er hatte 2013 einen Titelfight gegen Josie Aldo. Diesen Titelkampf hat er verloren. Und Korean Zombie musste dann seinen Grundwehrdienst in seiner Heimat Südkorea leisten. Das kennen manche von Profisportlern, Profifußballern in Deutschland, da kam es auch schon ein paar Mal vor. Dann kam Korean Zombie zurück und dann hatte er Verletzungspech. Musste mehr als einen Kampf schon absagen. Ich glaube, über drei Kämpfe wurden wegen einer Verletzung von ihm abgesagt. Dann kam er wieder. Hat gegen Renato Moicano gewonnen, gegen Frankie Edgar gewonnen und dann gegen Brian Otega verloren. Das war nicht allzu lange her. Das war im Oktober 2020 und das war eine sehr überraschende Niederlage in meinen Augen. Also, ich habe nicht damit gerechnet, dass Korean Zombie gegen Brian Otega verliert. Zumal Korean Zombie immer dafür bekannt war, sehr stark im Stand zu sein. Und egal wie viel er einstecken musste, er ging weiter. Er ging nach vorne, hat weitergemacht. Daher ja auch der Spitzname The Korean Zombie. Und Brian Otega hat ihn im Stand besiegt. Gegenüber steht ihm Dan Eagle, einer der aktivsten Kämpfer in der UFC, vor allem der aktivste Fighter im Federgewicht. Ich meine 2019, zwei Kämpfe. 2020, drei Fights. 2021 hatte er schon ein Fight, das gegen Gavin Tucker im März. Konnte er gewinnen. Wirklich schöner Knockout, sehr schneller Knockout. Und jetzt kommt eben der zweite Fight in diesem Jahr und das eben gegen Chan Sung Jung, The Korean Zombie. Dan Eagle hat im Endeffekt alles, was er braucht. Er ist sehr stark auf dem Boden, fünfter Mission Siege, hat aber auch Fäuste. Das heißt, er hat seinen Gegner Gavin Tucker wirklich beeindruckend und sehr schnell ausgenockt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das wirklich ein sehr spannendes Duell hier im Stand sein wird. Korean Zombie hat keine Lust auf fünf Runden. Er wollte eigentlich lieber einen Drei-Runden-Fight. Jetzt kriegt er trotzdem das Main Event. Und ich kann mir vorstellen, tatsächlich, dass Dan Eagle das Ganze machen wird. Wir stellen uns die Frage, wie stark kommt Korean Zombie nach dieser verheerenden Niederlage gegen Brian Ortega zurück. Und ich kann mir vorstellen, dass Korean Zombie, obwohl er ein wirklich spektakulärer Fighter ist, großartiger Fighter, tolle Fights, abgeliefert. Er ist 34, also ist noch nicht allzu alt. Aber ich denke, dass der hungrige, 29-Jährige Dan Eagle das Ganze machen wird. Er hat so oft gekämpft in den letzten Jahren und wirklich so aktiv gewesen. Und Korean Zombie, wie gesagt, Achterbahn, ne, Grundwehrdienst beim Militär, weil er musste. Und dann Verletzung hier, Verletzung da. Sein Titelfight ist acht Jahre her. Also Korean Zombies Titelfight ist schon acht Jahre her und das ist wirklich eine lange Zeit. Es wäre natürlich schön, wenn er sich nochmal ganz nach oben kämpft. Das ist ein super guter Top-5-Fight, also wirklich ein spannendes Main-Event. Der Rest der Fight Night ist so ein bisschen unscheinbar. Also wir haben Chito Vera auf der Fight-Card, den kennen einige wahrscheinlich von seinem Fight gegen Sean und Melly. Wir haben Alexey Olenik im Co-Main-Event. Olenik, ich bin jedes Mal erstaunt, wenn ich Oleniks Rekord sehe. 59 Siege und 15 Niederlagen. Also Olenik, der ist auch schon eine absolute Legende. Wir haben Diego Lima auf der Fight-Card. Ich meine, das ist der Bruder vom Welterweight, doch vom Welterweight Champion meine ich bei Bellator, Douglas Lima. Und ansonsten, ja, können wir gespannt sein. Wird eine solide Fight Night. Wer wach bleiben will, da lohnt es sich am allermeisten fürs Main-Event. Und ansonsten würde ich sagen, bin ich auf eure Prognosen gespannt. Ich denke, Dan Ige wird das vorzeitig machen. Dan Ige wird diesen Fight gewinnen und kämpft sich ganz nach oben. Was meint ihr? Schreiben wir eure Meinung unten rein. Haut eure Prognosen unten rein. Folgt Wheel of MMA bei Instagram. Und damit bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.